Hey Kinders, was geht bei euch ab? Hello team. Oh nein. So, Purple ist auf K. Wir gehen zu dritt auf A. Okay, drei Russen, die sich verständigen. Hm. Oh. Ich nehme jetzt direkt die Bombe, bevor wir die wieder vergessen. Highway. Ich habe eine Plattform. Na also, letzter ist City. Jetzt haben wir es doch im Griff. Boom! Ich flash hier raus. Aha. Hey down. Take one, Purple. Ah, Purple! Bist du komplett be***t? Jetzt kommt er von hinten. Ich verstehe. Die Leute denken nicht nach beim Spielen. Das ist wirklich, das ist der Hammer. Sie wollen nicht gewinnen. Das ist glaube ich. Andere Nummer 1 B. Nice. Geht doch durch! Es ist so, als wenn ich mit Gold spielen würde, ohne jetzt Gold fertig machen zu wollen. Die Spielweise ist natürlich eine andere Aufhören-Rängen oder sollte eine andere sein. Der ist hinter dir. Die Bombe liegt vor dir. B ist frei. Was macht man da? Flash planten? Nee, umdrehen. Und die AWP vorlassen. Gut, Mitte haben wir einen gelegt. Au. Er gibt mir schon W***. Durch, durch, durch. Männer, durch, durch, durch. Let's say go. Let's say go. Boom, boom, boom. Omae wa mou shindeiru. NANI? O-A-Takubi deki! Oh, n- Nice, Purple. Gut, geht doch durch. Guck mal, schon wieder. Schon wieder entscheidet er sich, nicht zur Bombe zu gehen. Sag mal, sind die behindert? B ist frei. Die Bombe liegt direkt vor B. Jetzt, wo der AWPler langsam verschoben ist, ja, der sieht die AWPler, denken sie, vielleicht sollten wir auf B gehen. Möglicherweise. Also wirklich. Heidei, komm schon. Er sagt, er geht gerade alleine auf A und dann sagt er, come on, push. Weißt du, keine Ansage, nichts. Und sagen noch nicht mal den oben an. Die Beutel. Das sind wirklich, das sind wirklich zwei, zwei Vögel. Plant and Default. Ich weiß nicht, was die auf LE suchen oder ich erwarte einfach, ähm, zu viel für LE. Da, da recht. Richtung Grief, Thema Grief, ne, wieder. Ich meine, klar könnte sein Haus brennen, aber wahrscheinlich brennt sein Haus nicht. Wir können davon ausgehen, dass es einfach ein B**** ist, der unzufrieden ist, wie das Spiel verlaufen ist bis zu dem Moment und sich denkt, ich gehe jetzt einfach. Ah, die haben auch einen Bot. Duck with big cock. It's gonna be fast. Take one, please, screen. I gonna stay, Vince. So, jetzt call ich mal wie so ein wahnsinniger Kofferplan, please. Komm mal her. Oh no. Ähm, Bot? Oh mein Gott, der Bot. Wie er Mitte einfach durchrennt, der Wahnsinnige. Sehr gut, er ist abgefackelt. Bomb down, man. Take one, B. Vince. B1. Ich call einfach durchgehend, auch wenn, äh, ja, wenn ich nicht mehr alive bin, um direkt zu sagen, wo was ist, weil die Jungs sind einfach still. Sehr schön, sehr schön. Mitte. Na also, und jetzt haben wir langsam, aber sicher diesen Vorteil bei CT, von dem ich immer breche. Ah, die haben ne... Oha. Nice. Seven days. Immerhin. Äh, Bombs in front of me. Shit, shit, shit. Aber er sagt wieder nichts. Wir hätten deutlich eher da sein können. Nope. Hm. One is left side, man. Squicky. Squicky is open now. Main and Squicky. Shit. Komm schon, komm schon. Jungs, Jungs, Jungs. Aber das müssten sie eigentlich jetzt haben. Komm. Guck mal, die sind... Play slow, go together. Die haben ja Zeit. Die Bombe ist noch nicht gelegt. Onspot. Das Wald ist nicht zusammengegangen, ne? Gut, er will aggressive auf, äh, Main. Alles klar. Main 2. Na, also, es geht doch. Es geht doch, Alter, ey. Sag mal so. One is on A, one is on A. One T on A spot. Done. Alter, wie hab ich den... Wie ist der da durchgekommen? Ist der raus? Hat Squicky wieder zugemacht? Der ist auf den Spot geschlichen. Ich hab den nur im Augenwinkel gesehen eben. Es war Lack ohne Ende. Muss ich schon sagen, äh, ja. Gute Runde. Komm, noch einer, da hab ich ein Ace. 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 Ja, ich mein... Da war ich zu gierig. Zum Glück hat es uns jetzt nicht die Runde gekostet. War schon so ein bisschen fuhrig, muss ich sagen. Gerade weil ich ja derjenige bin, der sich über solche Aktionen aufregt. Also, noch ein Dropper. Reni-Bambini abgegriffen. Sehr schön. Bot, was machst du? No. Also, es müsste zwingend einen Befehl geben, dass man dem Kack-Bot sagen kann, dass er einem was droppen soll. Ja, mit. For Vance. Sehr schön. Bei, ja, Vance. Einfach callen. Einfach callen. Wenn es sonst keiner macht. Also, vor allem dann. Ich denke, das war jetzt gut für den. Der konnte sich direkt in Vance stellen und die abklatschen. Da könnte man vielleicht sogar noch, also, ich möchte ja nicht zu überoptimistisch sein, aber es könnte vielleicht sogar noch ein Windern sein. Oh, Blatt, Guys. 53 Punkte. Kann man sich wirklich nicht drüber beschweren. Leute, es ist mal wieder Zeit. Es gibt hier auch in diesem Video ein kleines Giveaway für euch. Einfach schön in die Kommentare irgendwas reinschreiben. Ihr wisst halt, aktiv sein, was zum Spiel schreiben, wie auch immer. Und schon ist man möglicher Gewinner. Heute ist auch wieder Livestream. Ihr wisst ja, 18 Uhr geht's los. Kommt dazu. Die restlichen Streamzeiten stehen in der Videobeschreibung. Der Link steht auch dort und den Link werde ich auch noch in den angepinnten Kommentar packen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis gleich im Stream. Pau, Pau.